Sonys neues Portraitobjektiv, die nächsten Nikon-Präsentationen und die nächste Leica könnte ein ziemlich besonderes Objektiv bekommen. Ist das die Rettung aus dem Sommerloch, finden wir es heraus bei Fotografix News. Ihr seid genau richtig, wenn ihr euch für Kameras, Objektive und Co. interessiert. Mein Name ist Benjamin Lux und ich fasse euch auch diese Woche die spannendsten Themen aus der Welt der Digitalfotografie zusammen. Wenn ihr neu dabei seid, dann abonniert doch unseren hübschen YouTube-Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und die alten Hasen unter euch wissen natürlich bereits, dass auch diese Folge wieder von Fotokoch gesponsert wird, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Im Onlineshop von Fotokoch findet ihr derzeit neue Sofortrabattaktionen für Nikon. Dabei gibt es bis zu 500 Euro Preisnachlass auf ausgewählte Kameras. Zusätzlich sind viele Z-Mount- und F-Mount-Objektive um 10% reduziert. Also unbedingt mal vorbeischauen. Nikon-Fans-Link findet ihr natürlich in der Podcast- und in der Videobeschreibung. Sony hat offenbar meine Ratschläge von vorletzter Woche befolgt und das neue 85mm f1.4 GM2 fast 200g leichter gemacht. Das neue G-Master-Objektiv hat der Hersteller jetzt vergangene Woche vorgestellt und dabei nicht nur das Gewicht optimiert. Erstmal die Basics. Das neue 85mm f1.4 GM2, so heißt der ganze Name, bleibt mit einer Länge von 107mm unvergleich lang. Dafür schrumpft der Durchmesser aber von 90mm auf 85mm, also einen guten halben Zentimeter kleiner oder schmaler. Der Filterdurchmesser bleibt dabei aber weiterhin bei 77mm, da braucht ihr euch also nicht umgewöhnen. Allerdings sollte die Linse auch ein wenig handlicher sein. Die optische Konstruktion hat Sony dabei von Grund auf geändert. Statt elf Linsen in acht Gruppen gibt es jetzt 14 Linsen in neun Gruppen. Darunter befinden sich zwei ED-Linsen für weniger chromatische Operationen und zwei XA-Linsen, die dann nochmal eine bessere Auflösung und auch ein schöneres Bokeh liefern sollen. Dank Nano AR2-Vergütung sollen Streulichter und Geisterbilder zudem unterdrückt werden und das neue Objektiv verfügt jetzt über elf Blendenlamellen. Statt eines Ultraschallmotors für den Autofokus setzt Sony nun auf zwei leise XD-Motoren. Laut Herstellerangaben soll der Autofokus dabei etwa dreimal schneller geworden sein. Beim Fokustracking bewegte Objekte soll der Autofokus dann sogar siebenmal schneller agieren. Die 120 Bilder pro Sekunde der A9 III unterstützt das neue Objektiv natürlich ebenfalls. Das Gehäuse bietet zudem zwei Fokushaltetasten, wenn man die braucht. Einen AF-MF-Schalter sowie einen Blendenring mit D-Click-Funktion fürs Videografieren. Los geht's noch im September. Vorbestellungen sind bereits möglich und der Preis liegt bei knackigen 2.099 Euro. Zu einem deutlich günstigeren Preis ging Tamron diese Woche noch mit dem 50-400mm F4.5-6.3 für den Z-Mount an den Start. Das Objektiv gibt's ja bereits seit 2022 in einer Version für den Sony E-Mount und allzu viele Anpassungen hat Tamron dabei wohl nicht vorgenommen. Der große Achtfach-Zoom wird über 24 Elemente in 18 Gruppen realisiert. Dadurch bringt das Objektiv jetzt aber auch stolze 1180 Gramm auf die Waage. Die Länge ist mit etwa 18,5 cm auch nicht gerade kompakt. Dafür soll der Autofokus aber von einem schnellen und leisen Linearmotor schnell angetrieben werden. Die Blende des 50-400mm arbeitet jetzt mit neuen Blendenamellen und lässt sich je nach Brennweite auch bis zu F22 oder F32 schließen. Was ich noch echt spannend finde, ist, dass der maximale Abbildungsmaßstab bei 1 zu 2 liegt. Die Naheinstellgrenze beträgt im Weitwengel nämlich nur 25 cm und so kann man sich langsam aber sicher ein wenig an den Makrobereich herantasten. Das Filtergewinde misst 67 mm. Tamrons neues Z-Objektiv ist zudem gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet und kostet 1399 Euro. Weiter geht's mit Leica und hier wird's ausnahmsweise mal ein wenig technischer. Gerüchten zufolge plant Leica nämlich eine zweite Version der Leica Q3 auf den Markt zu bringen und die soll ein 43mm f2 APO-Objektiv bekommen. Leica hat die Q3er bereits im Mai 2023 mit einem 60 Megapixel-Sensor und fest verbauten Summilux 28mm f1.7 auf den Markt gebracht. Laut Leica war die Nachfrage trotz UVP von 5950 Euro ziemlich hoch und so klingt es erstmal sinnvoll, noch eine zweite Version mit anderem Objektiv auf den Markt zu bringen und das kann man bei der Q3er eben nicht wechseln. Spannend ist daran natürlich erst einmal, dass die Brennweite von 43mm sich jetzt noch einmal für andere Einsatzzwecke eignet. Etwa besser für Portraitaufnahmen oder für einen anderen Look bei der Street-Fotografie. Zwar könnte man 50mm in der alten Q3 schon über den Digital-Zoom erreichen, spannend ist daran natürlich erst einmal, dass die Brennweite von 43mm sich jetzt noch einmal für andere Einsatzzwecke eignet. Etwa besser für Portraitaufnahmen oder für einen anderen Look bei der Street-Fotografie. Zwar konnte man 50mm in der alten Q3 schon über den Digital-Zoom erreichen, spannend ist das Subjektiv aber auch noch aus einem anderen Grund. Denn APO steht für apochromatisch korrigiert oder für eine apochromatische Konstruktion und dabei sollen Farbfehler wie störende Farbsäume an Motivkanten noch einmal zusätzlich minimiert werden. Könnte also spannend und sogar auch bald vorgestellt werden. Wenn ich mehr weiß, sage ich euch natürlich Bescheid. Was auch bald vorgestellt werden könnte, sind zwei neue Kameras von Nikon. Die Kollegen von Nikon Rumors berichteten vergangene Woche, dass Nikon wohl die Z50-2 und auch die Coolpix P1100 entweder im September oder auch im Oktober vorstellen will. Dabei bezieht man sich nicht etwa auf geheime Informationen wie sonst, sondern auf die letzten Jahre. Wie viele Hersteller wird Nikon das Q4 nämlich wahrscheinlich dafür nutzen, um neue Produkte einzukündigen? Eben genau passend für das Wintergeschäft oder Weihnachtsgeschäft oder wenn Unternehmen vor Jahresende noch mal ganz schnell was von der Steuer absetzen wollen. Über die Coolpix P1100 habe ich natürlich schon einmal gesprochen. Hier wird Nikon wohl wieder versuchen, Rekorde für einen großen Brennweitenbereich in einer Bridge-Kamera zu brechen. Neue Infos gibt es hier aber leider noch nicht. Ein wenig anders ist es bei der Nikon Z50-2. Diese soll nämlich ein optimiertes Gehäuse bekommen, vom XP7-Prozessor angetrieben werden und auch ein ausklappbares Display erhalten. Ganz wie die Nikon Z63. Darum hinaus wird sie höchstwahrscheinlich mit USB-C auf den Markt kommen. Wahnsinn. Und könnte mit demselben 20,9 Megapixel starken CMOS-Sensor im DX-Format auf den Markt kommen, wie er schon in der Z50-1 zum Einsatz kam. In diesem Falle wäre der Kaufreiz natürlich ein wenig geringer. Warum von der Z50 upgraden, wenn es dieselbe Bildqualität gibt? Warten wir aber noch mal ein bisschen ab. Hierbei handelt es sich, wie gesagt, noch eher um Vermutungen und um Gerüchte. Enden wir mal auf einer positiven und ziemlich sicheren Note. OM-System wird demnächst ein Update für die OM-1, also für die erste OM-1 veröffentlichen, um das OM-System-Fans hart kämpfen mussten. Was war passiert? OM-System hatte Anfang dieses Jahres die OM-1 Mark II auf den Markt gebracht, bei der einige Verbesserungen schlichtweg mit einer optimierten Software erreicht wurden. Darunter ein besserer Autofokus, der sich technisch also auch in der ersten Version der OM-1 realisieren ließe. OM-System-Nutzer haben daraufhin Kritik geübt und sogar eine Petition gestartet, die dann am Ende von über 2000 Menschen unterzeichnet wurde. OM-System versprach daraufhin, dass man die Verbesserungen in eine zukünftige Firmware-Version integriert. Und die ist jetzt eben erschienen. Nach dem Update auf Version 1.7 bei der OM-1 und Version 1.2 für das Nachfolgemodell soll es neben den Autofokus-Verbesserungen auch Verbesserungen bei der Aufnahme von High-Res-Aufnahmen aus der Hand geben. Vor allem zeigt OM-System aber dadurch, dass man ältere Modelle noch immer pflegt und verbessert und das ist doch wirklich, wirklich durchaus begrüßenswert. Ebenfalls begrüßenswert, das Wochenende. Hallo Wochenende. Wir gehen jetzt ganz entspannt in dich über, denn diese Folge von Fotografx News ist jetzt leider vorbei. Und bevor ich euch verabschiede, gibt es aber noch eine kleine interne Fotografx-Ankündigung. Fotografx News hier auf YouTube und auf sämtlichen Podcast-Plattformen gehört ja zum Online-Magazin Fotografx. Und für unser Magazin suchen wir Unterstützung in Form von freien Autoren. Die können natürlich männlich, weiblich und divers sein und finden alle Infos über Marx News in den Shownotes. Kommt gerne mit an Bord und schreibt über unsere alle Lieblingsthemen. Ich freue mich drauf. Damit alles Liebe und wie immer auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.